Die Luxus-Supersportwagen von Lamborghini sind ein Resultat technologischer Innovation. Wir haben heute zwei Modellreihen, den Aventador und den Galliardo und vielleicht werden wir in Zukunft auch mal eine dritte Baureihe haben, aber das wird uns nicht abhalten davon, Kleinstserien oder Einzelexemplare zu produzieren, wie das schon in der Vergangenheit geschehen ist mit dem Reventon oder dem Sesto Elemento. Dieses Auto hier ist der Lamborghini Aventador Jota. Jota stammt aus der Tradition von Lamborghini, aus einer Zeit, wo es viel weniger Regeln gab als heute, aus einer Zeit, wo die Autos leichter waren, aus einer Zeit, wo die Autos nackter waren. Heute steht er für unkonventionelles Design und für neueste Technologien. Dieses Auto ist ein typischer Barchetta, also sehr flach und offen und er ist auch der niedrigste Lamborghini, den wir jemals produziert haben. Und bei diesem Auto haben wir einen von uns entwickelten und patentierten weichen Kohlefaserstoff, genannt Carbon Skin zum ersten Mal zum Einsatz gebracht. Und zwar bei den Sitzen und bei dem Armaturenbrett. Das Auto hat einen 6,5 Liter Motor mit 700 PS. Es hat permanenten Allradantrieb und die Fahrgaststelle ist komplett aus Kohlefaser. Ja, meine Damen und Herren, viele wollten dieses Auto besitzen. Nur einer hat den Zuschlag bekommen, weil es ein One-Off ist. Und zwar einer, der 2,1 Millionen bezahlt hat, ohne Mehrwertsteuer. Meine Damen und Herren, die heutige Zeit stellt Lamborghini vor vielfältige Herausforderungen. Und ich glaube aber, oder wir glauben von Lamborghini, dass wir dazu da sind, auch Träume zu erfüllen. Und dieses Fahrzeug, dieser Aventadoriota, ist wirklich ein Traum, der wahr geworden ist. Und das wollen wir auch in Zukunft so handhaben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.